Du bist meine Schweizer Käse, gell? Und du bist meine bulgarische Wurst, ey. Und du bist meine bulgarische Wurst, ey. Achtung, Achtung, Bulgarien! Ah nein! Jetzt kommt Alpena, Rico Rambagigo und natürlich unser Power Baby! Ah nein! Zieh dich warm an Bulgarien! Aus! Jetzt bin ich am Arsch! Man muss ein wenig spinnen, wenn man das macht, oder? Aber auf der Welt hat es zum Glück auch noch ein paar andere noch mehr spinnen, und dann geht das wunderbar. Also mir hat es gut gefallen. Ich fand es auch anstrengend und lustig. Bravo! Auf bulgarischen Märkten gibt es neben allerlei Früchten auch Unterhosen zu kaufen. Das ist Unterhosen, Rico. Ich weiss, aber das Problem ist, sie müssen eng sein zum Trainieren, weil wenn so, dann machst du die ganze Zeit so im Training und... Nein! Dann machst du die ganze Zeit so im Training und... Nein! Helikopter Tick, go! Helikopter Tick! Warum auch hier das mehr? Obwohl, was das Problem ist, mit denen kann ich nicht trainieren? Hat sie eng, eng! Das ist immer... Wir sind zu locker, weißt du, mit denen kann ich nicht trainieren, und da wettelt mein... Schau, das ist... Da wettelt mein... Schau, das ist... Schau, das ist... Ich habe mir die bulgarische Wurst, ja? You, but I make you... Ja, komm doch an! Irgendwie, auf ihre ganz verschrobene Art, sind sie ja süss, die zwei. Ja... Ja und nein. Ob ihr Vater das Ganze auch so positiv sieht? Ich bin ein bisschen nachdenklich, sagen wir es so. It took months for everything. Ja, ehrlich gesagt, ich weiss nicht, was jetzt auf mich zukommt. Ich bin ein bisschen nachdenklich, sagen wir es so. Aber ich bin offen für alles. You got me! You got me! Man, you got me! Von dem hat man müssen rechnen. Hey, schöne Mami! Schöne Schwiegermutter! Hoppa! 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 Das sieht auch mega blöd aus. Wenn ein Fisch meinen Pullermann abbisst. Nein, Fisch machen das nicht. Die Hände nicht knapp. Mit so viel Spontanität hatte Albina wohl nicht gerechnet. Ich bin Koste und ich schlag seine Fresse schräg. Er hat keine Chance. Riko ist dreifacher Weltmeister und dementsprechend hat er auch ein feuchteinflößendes Boxvorspiel. Votachinomen. Wenn ich kämpfe, liege ich mit dem Schweizer Ögel in den Ringen. Aber heute habe ich ein neues Ich habe das Lied gespielt, darum habe ich mich ein wenig verspielt. Doch plötzlich! Vielleicht gehe ich in den Ring oben und ich muss kämpfen. Schatz, kommst du mal zu mir führen? Schatz, du weisst, seit wir ein paar sind, sind wir ineinander verschossen. Was ist los? Wieso bist du mit dir kleiner? Oder seit wir ein paar sind, sind wir ineinander verschossen. Mein Traum hat sich jetzt verwirklicht. Willst du in Zukunft Albena Giger Petkova heissen und meine Frau werden? Ah, ehrlich jetzt? Ich habe sonst eure Fragen. Oh, ich habe schon zu gerne. Ich habe wahrscheinlich die Freude. Kollagen. Okay. $500